Meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Jordan gegen Samy. Unsere beiden Kandidaten treten insgesamt in zwölf Spielen gegeneinander an. Im ersten Spiel gibt es einen Punkt, im zweiten Spiel gibt es zwei Punkte und natürlich gibt es im zwölften Spiel zwölf Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt diesen Mercedes G63, den Automobile Essen für unsere Jungs gesponsert hat. 45, 45, fit in like a Mordecai, I ain't regular, feel like Jordan wearing 45, traumatized, victimized, seen some of my niggas dive, knock you off a base with a bat, when them niggas slide, homicide, genocide, televised, sympathize, but back your way in water, tell that niggas lie. Spiel Nummer 5. Warum liegen wir bei 5 Grad auf dem Spielplatz in Badehose und werden mit Eislöffel beschmissen, ja? So läuft das heutige Spiel und natürlich darf das passende Auto nicht fehlen. Ist das so der Ernst? Eis, Eis, Baby, ne? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, Jordan gegen Sami. In dieser Folge müssen sich beide Kandidaten in eine Coolbox begeben, wo sie dann 10 Mausefallen auslösen müssen. Wer das alles innerhalb von 2 Minuten schafft, wird das heutige Spiel gewinnen. Ich hoffe, sie frieren beide ein. Herzlich Willkommen bei der Coolbox. Mein Name ist Tekin und ich habe heute zwei besondere Gäste bei mir. Sie werden gleich bei minus 91 Grad in die Kältekammer gehen und eine sehr spezielle, meiner Meinung nach, durchgeknallte Challenge durchführen. Meine Aufgabe ist es, über die Risiken, die Herrschaften aufzuklären und wir müssen mir jetzt im Nachgang gleich ein Formular ausfüllen, wo die mir garantieren, dass sie auf eigene Gefahr reingehen. Also seid gespannt. Gleich wird es auf jeden Fall frostig. Oh mein Gott, 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 oh Scheiße! Mein Popelfried ein! Oh mein Gott! Fuck! Ey, bin ich dumm, Alter! Komm, Alter, beruhig dich, Jordan! Manjala, 3, 2... Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, mein Finger bricht! Ist das falsch! Oh mein Gott, mein Finger ist gebrochen, Leute! Egal! Weißt du was? Einfach chillig sein! Oh mein Gott, einmal zittern, chillig sein! Tanzen, 3, 2, 1! Oh mein Gott! 3, 2, 1! Au! Oh Gott! Was ist das? Oh! 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 Nicht meckern, Jordan! Nicht meckern! Nicht meckern, Jordan! Nicht meckern! Hey! Nicht meckern! Ey, das hat mein Kleiner getroffen! Ey! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Wie lange noch? Ey, Bruder! Scheiß mal! Okay! Berück dich, Jordan! Berück dich! Drei! Zwei! Eins! Ah! 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 Oh mein Gott! Verpiss dich! Verpiss dich! Geh mal raus! Geh mal weg da! Geh mal weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ah! 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 Oh mein Gott! Ah! Ah! Semmy Jackson! Hi erstmal. Hi. Alles gut? Alles bestens. Langsam macht dieses Format mir Spaß, weil ich weiß, dieser Punktestand wird immer größer. Du bist ganz vorne, ne? Ja. Wie viel Unterschied habt ihr jetzt gerade? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir haben heute den Gewinner und das ist der Semmy. Semmy, wie fühlst du dich? Wie war es für dich? Das war auf jeden Fall echt hart. Ich sag dir ehrlich, die Schmerzen innen drin waren schon krass, aber sobald ich rausgegangen bin, waren die Schmerzen noch krasser, weil deine Finger waren ja betäubt. Aber ich habe es gemeistert. Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen. Egal wie, egal wo. Egal wie, egal wo. Ich weiß nicht, was in den nächsten Spielen passieren wird, aber geht das mit mir. Alles klar. Das reicht jetzt für Leute. Ciao. Freunde. Natürlich haben wir auch einen Verlierer. Einen Applaus. Oder ein Buh. Für Jordan... Almani! Hi. Hi. Aber warum ein Buh? Buh hast du verdient. Aber natürlich tust du mir auch ein bisschen leid. Ich glaube, ich habe für dich einen Trost reißen. Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Dass das sein kann? Ja. Nice. Du bist so schäppig. Pack dir das Eis weg, Junge. Mach fertig. Ey, ich habe was extra für dich jetzt hier besorgt. Ja, sag dich schön. Wow, geil. Einmal für die Kamera. Einmal ablecken bitte. Einmal ablecken bitte. Was willst du von mir, Junge? Einmal ablecken. Wie fühlst du dich? Ja, beschissen. Jetzt noch beschissener. Du musst noch ein bisschen Salz in die Wunde kippen. Das gefällt dir, ne? Das gefällt mir. Der Semmi hat natürlich einen sehr großen Vorsprung. Der Semmi ist ein Hund. Ne? Aber du bist auf jeden Fall der Verlierer. Ja, heute bin ich der Verlierer, Kollege Schilmer. Seit mir in den Wochen schon. Es gibt noch ein paar andere Spiele, ne? Ja. Aber du denkst, du schaffst das noch? Ja, klar schaffe ich das. Glaube ich dir aber nicht. Alles klar, das reicht jetzt. Tschüss. So, Freunde. Damit ist das Spiel fertig und das Video auch. Tschüss.